Hallo zur nächsten Programmvorschau am 13.10.2022. Ihr wisst ja, wenn ich was bringe, dann ist es entweder so lustig oder so dramatisch. Jetzt sind wir wieder bei dramatisch, bei pervers, bei Wahnsinn. Ja, Regierungsreklame für Pubertätsblocker, die Grünen und der Missbrauch von Kindern. Ist ein Punkt jetzt in dem Hauptfilmchen das Wichtigste für mich, denke auch für euch, aber es gibt natürlich noch mehr Sachen. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK, Bitschut, Odyssee und Rumble. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.